Hi, alles Gute zu 2017, wünscht euer Batze. Ja, was läuft jetzt 2017 hier auf diesem Kanal? Kurz gesagt, nicht allzu viel. Die Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind auf dem Kanal, werden wahrscheinlich auch nicht mehr abgeschlossen. Aus, naja, Zeitgründen, technische Gründe, etc. pp. Kommt auf jeden Fall jede Menge zusammen, was nicht unbedingt schön ist. Was noch weiterhin sein wird, sind so Kurzprojekte wie mal so ein Heroes of the Storm Video, ein Hearthstone Video oder vielleicht auch mal so Patch-Zusammenfassungsvideo von einzelnen Spielen. Gegebenenfalls auch mal wieder World of Warcraft, je nachdem wie es sich zeit- und geldlich bei mir entwickelt. Dazu kommen dann weiterhin Retro-Let-Plays. Soweit ein Projekt komplett abgedreht ist, werde ich es dann hochladen. In der Videobeschreibung werde ich dann auch weiteres hinzuschreiben, also in der Knall-Beschreibung. Wenn ein Projekt aktuell abgedreht wird, hochgeladen wird, bla bla bla, Playlist. Ihr kennt das Spielchen von mir. Der wird dann auch kommen. Und, naja, es wird nicht so viel kommen, wie ich eigentlich auf dem Kanal gerne hätte. Aber wie gesagt, es funktioniert halt leider nicht so. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch in YouTube und auch sonstig alles Gute für 2017. Ja, irgendwie leicht abgehakt. Egal, ich bin auf jeden Fall relativ traurig, dass ich den Kanal nicht so weiterführen kann, wie ich es eigentlich vorhatte. Aber nichtsdestotrotz, der Kanal bleibt bestehen. Es wird trotzdem noch zwischendurch was kommen. Projekte habe ich jetzt als nächstes, zum Beispiel Harry Potter und der Stein der Weisen für den Gameboy vor. Abgedreht sind schon ein paar Parts, aber halt noch nicht das komplette Projekt, deswegen ich noch nichts hochlade. Nicht, dass ich hinterher wieder abbrechen muss. Damit ist keinem geholfen. Weder euch noch mir. Und das wird, ich denke mal, uns allen ein wenig wehtun. Ich hoffe nichtsdestotrotz, ihr haltet mir die Treue. Guckt euch gegebenenfalls noch ein paar meiner älteren Videos an. Hinterlasst da gerne mal einen Kommentar, einen Däumchen oder, oder, oder. Und wir sehen uns dann das nächste Mal in einem meiner Videos. Danke fürs Zuschauen und nochmal alles Gute für das Jahr 2017. Bis dann. Tschau.